Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage, Dissendium! Okay. Kann nicht jemand die Bellywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Verstehe. Und wir fahren wegen Diebstahl. Okay. Was soll's? Muss nicht sein. Der